Wir sind übrigens am 1. Juni angekommen. Ups, falsch. Reported to Fox. So viele haben den Fox reported. Teddy ist training as hard as he can over there. Let's leave him be... Okay, ich darf auch nicht in TV. Okay, dann fahren wir einfach durch die Gegend. Dann fahren wir einfach durch die Gegend. Wenn ich hier... Wenn ich jetzt gerade nicht darf, weil Teddy am Trainieren ist, dann halt nicht. Ist sehr eingeschränkt gerade. Take a long ride. Yes. Nyaum. Welchen komischen Tunnel ich da immer lang düse. Oh, da ist irgendwo ein Stadion. Sieht zumindest nach einem Stadion ähnlichen Ding aus. Because you got so lost, it's nearly night time. But you feel as if you've gotten a very... A very good feel for the place. If you ride around a little more, you'll be completely familiar with your area. Your courage has increased. Evening. Können wir hier auch abends rumfahren? Oh, you're home! It's almost Tanabata, so I set up some bamboo to use later. Also in Tanabata. Siebter Abend. Wird jeden 7. Juli in Japan gefeilt. Ursprünglich am 7. Tag des 7. Monats des Mondkalenders. An diesem Tag treffen sich die zwei Sterne Vega und Altair am Himmel. Nach alte chinesischer Überlieferung stellen diese Sterne ein Liebespaar dar, welches das ganze restliche Jahr über durch die Milchstraße getrennt ist. Okay. Am 7. Du hast jetzt Bambus hingestellt, weil am 7. was passiert? Ist das nicht ein bisschen früh, Mädchen? Kann ich abends rumfahren? Was spricht die Deko an der Wand gegenüber dem Fernseher an? Die Deko an der Wand gegenüber dem Fernseher? Die Deko ist decoratet mit Tanabata-Decorations. Ah! Eine Karte auf dem Deko lebt in kleinen Lettern. Ich bin so glücklich, dass ich jetzt einen großen Bruder habe. Vielleicht solltest du etwas auf einer Karte schreiben. Oh! Ich spiele mit Hanako. Ich will eine Mädchen. Und World-Domination. Ich will mit Hanako. Ich will mit Nanako. Okay. Das war ein guter Hinweis. Ich habe es nicht realisiert, dass hier etwas anderes ist. Hups. Habe ich einfach nicht... Oh, was? Achso. Text-Message ist von Yuzuke. Umgehe, umgehe, umgehe. The movie I want to see is finally out. Dominator 2. Yeah, Baby! But I hate going to Okina all by myself. So if you go, call me up and we'll see it. Oh Gott. The movie Yuzuke wanted to watch is now being shown at the theater. If you go to the movie theater, perhaps you should invite Yuzuke. Mit dem Channel wird wahrscheinlich nichts kommen, weil wir haben noch gerettet und die sind nicht mehr zurück. So was suitable for reading. Yes, read. Und damit machen wir The Punk's Way final chapter. Der sollte unsere Expression steigern. Decide to continue reading The Punk's Way. This book shows how one should live as a punk along with some illustrations. You understand the material, but you know better than to follow the information in this book. You read your book as the rain spatters against the window. Your knowledge has greatly increased. You finish reading The Punk's Way. Your knowledge has significantly increased. Your knowledge has changed from expert to professor. Nice! Your expression has increased. Your expression has increased from eloquent to persuasive. Sehr gut, jetzt können wir mit Nanako reden. Perfekt. Jetzt können wir Nanakos social link weiterbringen. Oh, wer bist du? Dich kennen wir noch nicht. What? Ich habe keine Geld. Ich will nicht dein Geld. Hey, you're not here for anything else then, right? I don't have any friends, so nobody ever wants to talk to me. Boy seems sad. He said he doesn't have any friends. Pepsi is the one who wrote the Emma request for the Foxtrot app. Everyone talks about things I don't know about. Right now, they are all connecting stickers. They have a sticker too, but they all said everyone has that one. If I had a rare sticker, I bet they'd become my friends. Boy wants a rare sticker, so he can make friends. Hm? Mister, is that a sticker? Bonus, the prize sticker. Granter of your desires. If this sticker can do that, then I'm sure to make friends. Mister, can you give me this sticker? Yojima's social link gemaxed am 16.6. Wow, give it to him. Yay, thank you. I'm sure to have a lot of friends now. Okay, the boy ran off cheerfully. Will he make lots of friends? You should ask him another time. Yeah, let's do it. Eure Film und so. Come on. The room moves are playing. The main feature is Dominator 2. It plays from M. Beauty. It's a sci-fi action movie about a mannequin with a will to fight in order to protect a little girl. Vision costs your currenty. Invite a friend to the movie. Yozuka. Let's go. You felt white-knuckle excitement from the movie's breathtaking action scenes. You enjoyed watching the movie with Yozuka. Something inside of Yozuka changed in response to the movie. Oh, Jiraiya is leveled up. Magic increased. Bei mir auch. Bei Münich. I was so psyched to see this. I'd seen part one so many times on DVD. I love that he's got the body of a robot, yet he somehow has the heart of a man. That's... wants to protect people. Bazooka seems to have really liked the movie. I haven't been this pumped in a while. Let's do this again. We decide to go home. After school. So, we können jetzt mit Nanako reden. Nanako, why do people die? Is Nanako talking about her mother who died in an accident? Nanako is looking straight at you. This is a difficult question for a girl Nanakos age to understand. By the level of expression you were able to explain it to her. Since you have power a persona that just encountered you to make it long well, you feel your relationship with Nanako is going to become closer soon. Will you spend the evening with Nanako? Spend time with Nanako. Okay, yeah, Nanako looks happy. You decide to talk to Nanako about life and death. I see, this is hard. But I get it, thank you, big bro. Nanako is nodding her head cheerfully. Why all these questions? Why all these questions? There was a funeral on TV and a bunch of people were crying. Nanako looks down sadly. What happens to a person when they die? Go to heaven. I don't know. I see, even you don't know. Nanako looks like she understands. Oh yeah, I saw this on the news. Robbery at the post office. Why do bad people do bad things? Will they enjoy it? I don't know. They have no choice. They have no choice. I feel sorry for them. Nanako looks sad. But if there were no bad people, Dad would be home more. Last year there weren't many crimes, so Dad was here a lot. He used to pick me up from kindergarten. Are bad people more important to Dad than I am? He's protecting everyone. He's protecting you. Also ehrlich, das Ehrliche wäre, he's protecting everyone. Das ist halt sein Job als Polizist. Aber he's protecting you gehört auch dazu. Also sie ist halt trotzdem everyone. Ich würde sagen, he's protecting everyone. Is everyone else more important to him than me? Oh, das war also nicht ne gute Antwort. Seemed that Nanako is bearing her sadness stoic, Kelly. You feel that you understand a bit of Nanakos loneliness. Level up! Nanako, Rank 4, Nanako Dojima. Für Nanako viel wichtiger als Dojima selber. Let's talk about something else, Big Bro. We decided to talk about something different with her lonely looking Nanako. Getting late, so you put Nanako to bed and went to your own room. Nanako is the best character of all. All, 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 all. You have the day off from school. Wait for recovery, what should you do today? Oh, we're going to ask again, what are we going to do? This is Ayane. Do you have time to talk right now? Would you like to go somewhere with me today? Aber ich glaube, du bist mir nicht wichtig genug. Es tut mir leid, Ayana. Sorry. I see. Sorry to bother you. Bye. Ayana, hang up. Es tut mir leid, real, that you haven't bought anything. Ach so, home shopping. Wir machen hier nochmal home shopping. You hear an infectiously jibbing song. Here comes Tanaka. Over the air is to you. Hello everyone. Welcome to Tanaka's Amazing Commodities. Grant out your desires. This is Tanaka's Amazing Commodities, the main old television program, being broadcasted live to you. We guarantee your purchase will meet your satisfaction for a fair market price. Now, let's introduce the products available these three days. It's Amada Bustier, underwear to boost your magic power. Oh my goodness. I can't believe it's wonderfulness. I add two giant candy to your Amada Bustier, all for the low price of only 20.000 yen. We've got another fantastic product on sale today. Peach Seat, turn 30, a soul delicious fruits. On top of this, I add Soul Drops, turn 10, to your Peach Seat for only 2.980 yen. These products are so popular, we can only allow one order per person. So, eigentlich muss der Amada Bustier unglaublich gut sein für 20.000. Also, der muss sonst richtig teuer sein. Der muss eigentlich fast 40.000 sonst kosten. Würde ich behaupten. Nehmen wir entsprechend. Zusammen mit Giant Candy. Wow, I sold you on test dog, bla bla bla. Shopping has ended. To me, from a minute, there's something I want to say. Yosuke seems to me, since we have whom and poor, you feel your relationship with Yosuke is going to become closer soon. Yep, spend time with Yosuke. Der erste Baby ist auf 3 versauert. Musst ja erhöhen für das Achievement, hast du schon gesagt. Von daher hat's ja gar nicht so viel mit mir zu tun. Samigai Riverbank, you wandered here with a pensive Yosuke. Yosuke is holding something. I found this. It's a Print Club Sticker I took with Saki Senpai. When I first got here, she insisted on taking it. Back then, somewhere inside me, I thought I was above this place. A lot of people saw me as the enemy because Juness was going to ruin the shopping district. But when I met her, she told me, parents are parents. You are you. Even if she didn't really mean it, it made me happy. Because of her, I started to think maybe this town wasn't all that bad. But then, she died. Why? Why did she have to die? It's pissed me off. It makes me mad. I wanted to talk with her more. I wanted to get to know her better. But she's not here anymore. Yosuke is sobbing out loud. I vined. Then, I get it now. I wanted to forget about Saki Senpai. How she's not here anymore. I wanted to forget that I was living a boring life in the middle of nowhere. When the murder started, I got excited. I thought there was finally a point to me being in Inaba. And I thought I could forget Senpai was gone. And the fact that I was such a loser. I jumped at the murders and never once thought about what I was doing. I didn't even take the first step. I'm sorry Saki Senpai. I'm sorry Ben. I understand. I didn't care if she didn't like me. I just wanted her to smile. Yosuke is still crying a little. But I think I'm awake now. I need to get over the fact that Saki Senpai isn't coming back. That when this case ends, I'll have nowhere to run. And I won't have changed. You made me realize that. It seems you were able to act as Yosuke's crutch. You feel a bond between you and Yosuke. Ich bin seine Krücke? Ich will nicht seine Krücke sein. Reach level 8. Your power to grade Personas of the Magician Arcana has increased. Growth of heart has affected his Persona as well. Diarama. Oh, der hat die verbesserte Heilung gelangt. Silence nullified. Bonus stats. This light wind damage to all falls. Makes all falls panic. Dia slightly restosia. Wir werden einfach hier die, das verbessern. Scheiße, slightly. Wir machen hier fette Heilung. Sehr gut. You spend a while with Yosuke and walk him home. Erfolgreicher Tag, würde ich sagen. You're back. So, you're home. Abends hat Juness nicht offen, ne? So spät ist das. Oh, wer bist du denn? Neue Quest. Good evening. Oh, ich, ne. Ich könnte mit Yukiko was machen. Und ich hab die passende, ich hab ne Priestess-Akana mit Sake-Mitama. Aber klar, warum nicht? Hey. Das reminds me, Finals are coming up soon. I usually cut down on the time I spent helping out at the inn before exempt. But staying co-opped up in my room studying all day makes me feel like I'm going to suffocate. By the way, how is your exempt prep going, Ben-kun? Been studying normally. I waited till the night before. I've been studying normally. Yes. Yeah, if you review the lessons each day as they come, there are no need to panic when it's time for exempt. There's no need to panic. Okay. G is always panicking at the last minute. I wonder if she'll be okay this time. Yukiko seems worried. When I come across a problem where I'm studying that I don't know how to solve, I ask the staff about it. But then everyone gathers around and it turns into a big fuss. So I don't really like doing it. Like the other day. You enjoyed your relationship with Yukiko. You feel your relationship with Yukiko has grown stronger. You feel your relationship with Yukiko could become stronger soon. Ach, I'm going to make... Oh, I should be getting back. I didn't even notice how long we'd been talking. Oh, right. Here. I want you to have this. You received mini-anpan from Yukiko. This is a gift we received. If you don't mind, I'd like to share it with you. Well, be careful on your way home. Good night. You saw Yukiko off to the bus stop and went home. That's it for Pascal. Did you get all that in your notes? That's it for Pascal. Did you all get that in your notes? Welche Pascal? Your brains aren't smart enough to retain this just by listening. Make sure you write all this down for later review. Especially man is but a reed. The most feeble thing in nature. But he is a thinking reed. That's incredibly important. Hey, are you paying attention? Yusuke Hanamura. I doubt you have many deep thoughts going on in your daily life. Who said this? Man is but a reed. The most feeble thing in nature. But he is a thinking reed. Aw, crap. I was spacing out and he totally caught me. Ben, Ben, you gotta help me out. Pascal would I behaupten? Pascal had before gesagt. Oh, I see that you did pick up on something I was saying while sitting there with that stupid look on your face. Man is but a reed, but he is a thinking reed. Came from the mind of Blaise Pascal. Write that down. Alright, so if man is a thinking reed, do you know what an unthinking reed is? An unthinking reed is just a reed. So I expect you it is to at least keep thinking and read some books. Oh, god, thank you, Ben. I don't know what he would have said if I give the wrong answer. Azuka appreciates you. You feel you've become a little closer to Azuka. Your expression has increased. Mal wieder. But Yamaha has already increased. It's my level, I think it's already. Glasses have ended for today. You're waiting for Rizzi to recover. Chie, chie, chie. What are you doing? Seems Chie isn't busy. Since you have Rizzi to recover, you feel your relationship with Chie is going to become closer soon. Will you spend time? Yes. Then you want to train? Let's go. Yeah, let's go. You finished today's training and came here with Chie. Hey, have you had the steak skewers? The meat is tender delicious and they hardly cost anything. It might not even be cow meat. Just kidding. Oh, think about it. That's kind of gross. The police are here. And is this place really serving fake meat? Excuse me? Yes, I haven't eaten any of the meat today, I swear. Lately, there's been several incidents with a group of teenagers bullying people around here. Morning. Extortion, if you will. Have you seen anyone suspicious? No, no, no one in particular. Hmm, I see. Well, you two be careful then. I'm glad it wasn't the meat, but still bullying? What cowards gang up on the week like that? Sack you. It's so cruel and stupid. Chie is outraged. We'll grab and make them apologize, right leader? Of course. I knew you said that. She looks happy. Mowing down villains and saving the weak. A lone female fighter stands to protect the town's peace. She is throughout herself in the battlefield, unbeknownst to all. Oh, yeah, that sounds cool. Then cool, leave it to me. Okay. Oh, I'd feel better about it if you helped. And it'd make me kind of happy. Chie seems somewhat embarrassed. Do you feel your relation with Chie has grown yet deeper? The Chie is Satonaka Social Link has reached level 6. Your power to create Persona of the Chariot Arcana has grown. Chie's growth of heart has affected her Persona as well. Revolution? Increases critical rate all. I live for Romans, I don't know. Increases users critical rate. Ach so, your critical rate, nah. That's a passive. Light damage to one foe. I think I should give that~? What do you think that's end of all critical Zapdos can. Now I just like 2 studies, I'm thinking 3 그 ones. Now when I'm making a stage and run out of all critical Fragrance and death signals, I'm mentioning Ok, erstmal essen wir! Nicht denken, fühlen! Genau, in diesem Fall wäre es nicht denken, essen! Bis später! Willkommen zurück! An-Nan-Nan-Kono Come to think of it, there is a boy looking for stickers that are popular among children. Maybe you should ask Nanako about them. Big bro! Ask Nanako about them. A children's sticker? Hmm, Aiko, look! Nanako came back with a sticker. This is pretty popular. Here you go! Thank you! Nanako gave you a Tanki Riemann sticker. You should try giving this to the boy who wants friends. Um... Yes. Nanako looks as if she is not doing anything. She has a powerful... If your relationship with Nanako isn't ready to advance it. Will you spend the evening with Nanako? Ja! Denn wir sind big bro! Wir machen das auch wenn's nicht und wenn's uns nichts bringt. Yeah! Nanako looks happy. You spend the precious moment with Nanako. Reichen 2 Tage Regen? Ja, will wir heute was mit uns machen? Ja, Chiea. Yo! Whatchu doing? Wenn du freie Zeit nach Schule gehst, komm mit mir. Denk über das, okay? Vielleicht geh ich mit Chia nach Schule. Okay. Ich kann mir jetzt wieder alle einzeln an. Aber ich vermute mir, dass man mindestens acht, neun oder zehn braucht. Für das... Für das Romance. Weil ich gar nicht weiß, wie ich Chia Romance nicht will oder lieber Riese. Wo sollen wir einen Rare Kids Sticker finden? Ich kann nicht mit nichts kommen. Der Junge ist für ein Rare Sticker bei Kindern. Wir geben ihm den Tanky Riemann Sticker. Wow! Das ist cool, Luggen. Ich bin sicher, dass sie mich spielen lassen, nachdem ich ihnen das zeige. Der Junge rief auf. Will das machen viele Freunde? Du solltest ihn noch mal fragen. Okay. Ich gehe in die Stadt. Wir gucken noch mal kurz in den centralen Shopping-District von Mary. Aber ich vermute, Mary ist der Gatekeeper, wenn man mit ihrer Dinge tun kann. Gefühlt... Eigentlich würde ich tatsächlich die Romance am liebsten mit Mary machen. Oh! Na gut, dass wir wieder reingeschaut haben. Something is different. Mary is nowhere to be found. Wenn wir wieder eins ihrer Gedichte auf dem Boden liegen lassen, wa? There is another piece of paper on the floor. Something is written on it in spiky handwriting. Wenn du mich verletzt hast... Du bist ein Mörder. Mit deinem silten Lachen. Mit deinem komposen Lachen. Mit deinen schmerzen Augen. Mit deinen schmerzen Augen. Mit deinen schmerzen Fingern. Mitleidig... tschuldigung... Mitleidig... mitleidig... Schön... Was ist das? Warum ist das passiert? Was ist das hier? Aber wie auch immer es passiert, stopp sie lesen! Wenn du das immer wieder machst, werden deine Augen raus. Sie rennen weg und du wirst entschuldigt, dass du meine Sachen lernst. Ich liebe dich, du Mörderer, stopp sie lesen! Wie ist denn der Mörderer? Und sie sind uns verknallt, oder was? Mary brusht angrily. Das macht nicht Sinn, ich würde das hier nicht verlassen. Mary riecht zu der Sicht und sieht verstanden. Das wäre wahrscheinlich das sinnvollste. Das Problem ist, ich muss glaube ich nur noch mal auf Twitter nehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine TV dürfen. Weil letztes Mal wurde gesagt, Teddy trainiert da, komm später zurück. Genau. Okay. Wir können also nicht in den TV. Wir können nur Social Links machen. Dann fahren wir Moppet. Auf geht's. Take a long ride. Yes. Let's go. Social Link Moppet fahren. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Wir müssen wieder hier. Bei dem komischen Stufen-Ding machen wir das letzte Mal schon. Das war natürlich stärker, oder? Swimmen ist wahrscheinlich stärker. Gaze out to the sea. Will you spend the day staring at the ocean, contemplating the vastness on the horizon? Yes. Ich weiß nicht, was da passiert. You gaze out at the waves that wash in and recede. Something inside of you has changed. Oh, what? Learned alertness. Das wäre Bonus-Skills dafür. You realize that quite some time has passed. You decide to go home. Okay, du lernst einfach Bonus-Skills random? What? So, wir könnten mit Nanako was machen. You're not ready to advance yet. Will you spend the evening with Nanako? You're not ready to advance yet. Und wie oft muss ich das denn machen? Angel. Archangel. Prinzipality. Persona. Power. Virtue. Ich glaube, wir sollten nochmal, wenn die Exims bald kommen, auch ein bisschen lernen. Das ist ein bisschen schwerer. Ich glaube, wir sollten nochmal, wenn die Exims bald kommen, auch ein bisschen lernen. Oh, ich bin sehr cool. Oh, mit Kanji können wir was machen. Duskes, Riese, Teddy würde ich eigentlich haben. Yo, Ben-Senpai. Man, Schule ist so ein Schmerz, nicht wahr? Wenn du nicht alles auf dem Weg nach Hause machst, willst du etwas Essen holen? Denk mal. Vielleicht sollte du mit Kanji nach Schule hangen. Dass die immer weglaufen, komplett animieren. Was krabbelt mir denn immer in so einer Nase? Wir warten immer noch auf Riese. So, wie kann man? Können wir wieder Sportsachen machen? Ich glaube, heute durfte mal Wednesday, war nicht Wednesday, das ist am Arbeiten. Going to town. So, wir gehen mal wieder hier zum Floodplane, gucken mal, ob der Junge noch da ist. Wo der sich bedankt und sagt, hey, alles fertig. Alles wieder da. Oh, Mister. You know, the sticker you gave me, everyone already knew about it. But I did make friends. I talked to them every time I got a new sticker. And they just kind of became my friends. It's thanks to you. Oh, and also the fox. I wrote my wish at the shrine. They said a fox friend's wishes is there. I go say thanks to the fox later. Can we turn the Emma? Should report back to the fox. Call the fox. Make sure there will be a fox around. There is no one around when you call the fox. Oh, foxian. Written the Emma with a wish that you fulfilled. It's probably worried about the outcome. You told the folks that you granted the wish and written on the Emma. Oh, the fox looks exuberant. The fox looks at the offerty box and seems pleased. If rumors of the shrine benevolence spread, more people may come to make offerings. You can send the fox gratitude. Rank 5. This fox social link has reached level 5. Your power to create puzzles of the Hermite Arcana has grown. Since your relation with the fox has grown stronger, we give you a discount on the net service inside the TV. You pass some time with the fox. It's getting late. You decided to go home. You're back. Oh, Doji machen wieder abends da. So, you're home. I went shopping today. The fridge is full of food. Oh yeah, a package came for you. It's on the table over here. It's a Armada-Bustier-Combo you purchased from the TV show. Obtained Armada-Bustier-Combo and Giant Candy two times. In addition, you obtained a bonus-preis-sticker. Oh, then we're gonna have to eat some food, would I say. Oh, you opened the fridge. There's a variety of food inside. You could make lunch for tomorrow. Spend the evening years making lunch. Surprisingly, you have the ingredients to make Daigaku-Imo. Okay, das habe ich keine Ahnung, was das ist. Moment. Was ist das denn? Das sieht aus wie Pastinaken, oder? Ist das irgendwie angebrutzete Pastinaken? Das sind Süßkartoffeln, Pflanzenöl ohne Geschmack, Zucker, Honig. Das ist ein Süß... Das ist ein Dessert? Das ist auf jeden Fall süß gemacht. Sesam, Reis-Essig, Soja-Sauce, Honig, Zucker, Pflanzenöl ohne Geschmack, Süßkartoffeln. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie angebratene Kartoffeln und Reis-Essig war drin. Ich sehe gerade, dass es da eine Fool-Arcana-Karte links klebt, am Kühlschrank ist nicht mal aufgefallen. Ha! Interessant. You decide to make Daigaku-Imo. You made the sweet sauce. How should you prepare the sweet potato? Grill them on a grill, deep fry them, simmer them with Saka. Deep fry them. Würde ich behaupten. You steal the sweet sauce into the fried sweet potato. It came out perfectly, looks delicious. Obtained crunchy Daigaku-Imo. Oh gut, geil. Wir haben was leckeres zu essen. Nach ewig in Zeit haben wir wieder geschafft. Lunch break, you brought your lunch today. Do you wish to eat lunch with someone? Who would you invite for lunch? Kanji? Aiku, others. Ayana. Anima Yusuke. Wir sind unzertrennliche Buddies mit Yozuke. Ja, sogar Mihai Rooftop. You eat lunch with Yozuke. You eat crunchy Daigaku-Imo together. Damn, that's good. Sehr gut. Is this your recipe, Ben? Man, I only know how to boil eggs myself. Enjoy your lunch. You feel that your relationship is going to become closer soon. Okay, wenn wir nächst mal was mit Yozuke machen, können wir also die Relationship advanceen. Oh Gott. Today we look at Yukichi Fukasawa's Gakumo no Suzume, or an encouragement of learning. Now, open your textbooks. This Gakumo no Suzume has a reference to the US Declaration of Independence. It's apparent once you start reading. There's a famous line at the beginning. It is said that heaven does not create one man above or below another man. Gakumo no Suzume is famous for this line. However, the it is said portion shows that it is a reference. So this famous quote is a quotation in itself. Are you listening, Ben-Chan? What is the beginning of Gakumo no Suzume a reference to? The first to the equation of independence. Yes, it is referencing, hey, that's doch super offensichtlich und einfach. Before writing Gakumo no Suzume Fukasawa wrote Seiyo-i-io, or Conditions of the West. In that book he actually translates the entire declaration into Japanese. So he similarly used the reference in Gakumo no Suzume. Well, let's move on. Any existing distinction between the wise and the stupid? You gave the correct answer. Your knowledge has increased. No request I'm in. Accept the email request. The fox brought you an email with a wish written on it. It's written in stern, manly handwriting. I have nothing to live for. I want to recapture the joy of life. It seems the fox want you to fulfill the wish written on the email on its behalf. Could it be thinking that if wishes are fulfilled, then I am. To fulfill the wish, the relation with the fox may grow stronger. Accept the request. Yes. Accept the quest 11. I wish my life had meaning again. Yep. The fox seems happy. Or four times I did. Yo! If you're free, you want to go somewhere. Yozuki wants to go somewhere. Since you're full and poor person of the magical kind of fear, your fear of your relationship with Yozuki is going to become closer soon. Will you spend time with Yozuki? Spend time with Yozuki. Let's go then. Yozuki is smiling sadly. Hmm. Hey. 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 Du hast doch mich jetzt als Freund. Ich bin doch voll bei dir. Hey. 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 Ich meine, es gibt noch nichts hier, aber ich habe Familie und Freunde und... du? Die wichtigen Dinge sind nie weit entfernt. Sie sind überall um dich. Ich wollte immer, speziell zu sein. Ich dachte, mein Leben würde endlich Sinn haben, wenn ich speziell zu jemandem wäre. Das ist, weshalb ich mich sehr begeistert habe, als ich meine Persona bekommen habe. Aber ich brauchte es wirklich nicht. Es ist nicht, was du hast oder was du tun kannst. Es ist nur geboren, dein Leben leben. Bevor du es weißt, bist du bereits speziell zu jemandem. Ja, wie du. Du bist speziell zu mir, du kennst. Die haben immer solche absoluten Feel-Good-Momente drin. Das ist so schön. Yuzuke is rubbing his nose. You can feel Yuzuke's warm trust. You feel your relationship with Yuzuke has grown deeper. Das muss jetzt Level 10 sein, oder? Nein, Level 9. Eins vor Max. Link has reached Level 9. Your power of great matching account has grown. Yuzuke's animation battle has been enhanced. You can now take a mortal blow for you in battle. For you? When you receive a mortal blow, your ally will take the hit once per battle. Alright. Let's see if we can find everyone's house from here. There's Juness. And that's the main street. So... My house is there. The one with that funky roof. Meaning yours is... You spend a long while with Yuzuke. Ach, das ist einfach schön. Welcome back. Tja, dann wirken wir wohl. Aber heute gibt's kein Bonus, naja. Aber Diligence erhöht man hier, von daher ist es ganz gut. Visionaries should take care of the empty glasses. Today is born here on Petron. Be clear. The intelligent looking worker glass has begun speaking quietly. You got a lecture on some difficult material from him. Your knowledge has increased. Ah, noch ein bisschen Diligence and knowledge increased und Geld gekriegt nebenbei. Why not? So, ich weiß nicht ob die zwei Tage schon reichen für Nebel. So, wir können mal ein neues Buch kaufen, glaube ich. Good and Cash. Preaching the Manus of Bowling. May increase understanding. Get a boost real fishing. Boost understanding. Wer hängt eigentlich nicht, glaube ich, dabei. Jo, ich bin mal boost understanding. China City. Guck mal, gibt's im Beach irgendwas? Passierende Dinge? Vielleicht bei Regen oder so? Jo, bei Regen an den Strand gehen ist aber auch merkwürdig. Merkwürdig. Time Swimming. Schwimmen immer bei Regen im Meer. Are you going to swim in this weather? Yes. Ah, da kriegen wir unser Baddorf. Despite the bad weather, you went swimming alone. Your courage has increased. You enjoyed your swim, even in the weather like this. Your understanding has increased. Oh, nice. Understanding and courage geht da hoch. Work. Work. Jetzt will ich mal gucken, ob wir 1.500 kriegen oder 3.500. Part time washing dishes. Diligence increased. Yes, Diligence persists too strong. Perfekt. So, ein understanding fehlt noch bei uns, ne? The seemingly brave old man, the talkative man, the grumbling young man. Grumbling young man for understanding, I guess? When you go to clear the grumbling young man's glass, he looks at you as if he wants you to listen. You decide to listen to his complaints about his job. Understanding has increased. It's pleasantly springing outside tonight. It's just the right amount of rain. Let's see if I can sing a song. The bar owner is happily belting out anchor songs. The grumbling young man becomes depressed for some reason while listening to the master sing. You listen to him talk about his problems. Your understanding has increased. There are 2 times understanding. Yeah, cool. So, 1.500. The pub had enough patrons today though you will receive the bonus of your pay. 2.000. So, that's the question if you got 3.500 or just 2.000 glatt. Rain doesn't seem to be lighting up this morning. So, which one do you read? Envelope and translator. Origami crane for the sea others. Assistant daycare taker. Pub dishwater. Hospital janitor. Tutor. 5.000 plus. Some diligence required. Wednesday, Thursday, Friday night. Give you a shot of courage. Yes. You feel that your diligence is sufficient for the job. You have taken the hospital janitor job. Leave from the bus stop in the shopping district on Wednesday, Thursday or Friday night. I'm going to give you a shot of courage. The player signs are not sufficient. Also, tutorial. The player signs require high understanding. Plus to expression. You have to be saintly. Yeah, understanding is low. And then there is another one. Okay. That's what I want to see the other. Okay. Machen wir hier. Mega Beef Special. Let's go. Ender Shop is your Chinese Dinner Aya. You accept the rainy day special Mega Beef Bowl Challenge. You still can't see the rice. You begin to suspect that your bowl is a portal to the meat dimension. The amount of meat contained with this bowl is truly staggering. In order to finish this bowl you must have understanding of your limits, knowledge to control your pace, courage to face this unrelenting tide of beef and didn't persevere against this colossal challenge. All the challenge is necessary to master the rainy day special Mega Beef Bowl Challenge. You are unable to finish your meal in your current state. But I still get raisin. You tried your best to finish the rainy day special Mega Beef Bowl Challenge and your personality has grown tremendously. Understanding has increased, knowledge has increased, courage has increased. Oh, yes. Who built me there? That'll be 3000 Yen. Come back soon. Thank you. Thank you for your continued patronage. It maybe makes my daughter happy too. I hear that you were popular at school. You certainly seem like a fine young man. My daughter just went out on delivery. When she comes back, I'll tell her you dropped by. I had to finish in your meal. You went home. I had something to do with your daughter. Oh. And now the weather. The week ended on a wet note as rain clouds moved into the area. As a result, a thick fog is expected to form in the Inaba region later tonight. Okay. Es geht weiter. Es geht weiter. Siemte fog was set in tonight. Wir haben die aber schon gerettet. Von daher ist alles fein. Von meiner Seite aus. Wann seid ihr ready? In about one day. Maintain wir mal den Garten. Ready? What will you do? Huh? You shouldn't work on the garden tonight. You should check out the midnight channel. Oh. What? Ich dachte nicht, dass da was neues kommt tatsächlich. Na gut. Dann watchen wir den midnight channel. Ich hab gedacht, wir haben den. Ne? Ich hab gedacht, wir haben den. Ich hab gedacht, wir haben den. Die halt gerettet haben. Wird da nichts passieren. Großartig. Dachte ich so. Ich sag mal nicht, dass Teddy wieder riot geht. Was so nebel ist. Aber da muss man eher neblig und nicht bei regnerischen Tagen den midnight channel angucken. Oh. Was ist es? Ohh. So höre ich. Tja. oder auch nicht oder wir kriegen auch keine Nebelgestalt die Dinge tot na gut ach doch oh oh da ist jemand tot oder ähm ist das der der Assistenzdetektiv das sieht so aus you can hear sirens in the distance did something happen your cell phone is ringing it's from chia did you hear yet they found a dead body just outside the shopping district i don't get it i mean we look we're all meeting junez komm sofort sonntag na dann kann man das sogar you are sure you rescued risa it would be best if you hurry to tune yes das wäre jemand der komplett mit allem nichts oder dem noch nicht die verbindung nicht wissen hey over here yosuke went over to check out the scene he should be back soon okay da ist er doch ja es war murder okay das Körper hängte auf einem Apartment ruftop mhm aber wie kann das das nicht alles das das war das war das war oh wie hat denn das damit zu tun wie passt der denn da rein mhm king moron you mean that king moron senpai's homeroom teacher um no ja da hm uckle die brigens die theorie sind auch during Ich habe nie einen King Moron gesehen auf dem Midnight Channel oder in anderen Programmen. Warum? Warum hat das passiert? Ich dachte, wir haben endlich ein paar Dinge herausgefunden. Waren sie alle nur eine große Überraschung? Vielleicht hat der Midnight Channel nichts damit zu tun. Verdammt! Wir kamen so weit und jetzt sind wir zurück in den Platz 1! Waren wir über unsere Hände, versuchen wir einen Kulprin, den sogar die Polizei nicht finden konnte? Verdammt! Wir haben diese Sache begonnen, weil die Polizei nicht ihre Hände von ihren Händen aussehen können. Wir geben uns jetzt ab und die Sch***hände werden immer wieder aufgelistet. Es ist nicht die Zeit, um zu schweigen und zu schweigen. Wir müssen nur weitergehen. Kanji-kun. Hm, ein großer Gespräch von jemandem wie du, Kanji. Was soll das sein? Ich weiß. Wir sind hier mit einem Mörder. Aber wir haben alle rischiert unsere Leben, um so weit zu kommen. Kein Weg, dass wir zurückkommen. Und wir haben auch den Bär gebeten. In dem zweiten Durchlauf, du Witzbold. Hey, das ist richtig! Vielleicht weiß Teddy etwas über das. Das wäre relativ smart, das können wir wieder in den TV gehen, ne? Aber wieso können wir sonntags eigentlich in einen Moment? Ist das üblich, dass in Japan sonntags die Einkaufszentren offen haben? Und wo ist Reza? Die müsste doch eigentlich auch zur Gruppe stoßen. Oh, ist das normal, okay. Ja, aber es ist schwierig, wenn da Leute rumstehen. Es gibt Staffe hier? Das ist ungewöhnlich. Hi, da. Hatte etwas passiert? Ah, Yosuke-kun. Großes Zeitpunkt. Hatte der Manager dir nichts über das? Es ist dieses weirrige Mascott, in unserem Bereich, schon seit langem. Ist Teddy jetzt in der realen Welt? Ist es heute eine Art Kampagne? Mascott? Er sagte, dass sein Name war, äh, was war es? Terry? Eddie? Äh, Moment, warum das Monka ist nicht? Okay. Ich meine, das geht dann doch nicht ganz. Irgendwas... Ja. Die Global Emotes gehen bei mir nicht. Das ist ja interessant in meiner Erweiterung. Aber die Channel Emotes gehen... Also, ich habe ja... Ne, ich habe ja mein Chromium, als sozusagen, wo ich die ganzen Einstellungen mache. Stream-Namen und sowas. Game-Namen und sowas. Dann habe ich ja mein Chatbot, wo die Emotes natürlich gehen. Aber ich sehe natürlich in meinem Chatbot die Einlösung von irgendwelchen Dingen, die ich tun soll nicht und sowas. Okay. Also Teddy ist jetzt in der realen Welt. Das ist ja interessant. Na ja, es gibt keine Kunden, also ich glaube, das ist alles gut. Ich hätte besser zurück in meine Station. Aber was macht Teddy in der realen Welt? Bitte nicht mir sagen. Wow, er ist hier! Ah, ich mag Teddy einfach. Was... Ich meine, wie... Du... Es hat euch genug genug gedauert. Ich habe warten. Aber er kann also auch den... den TV jetzt verlassen. So wie er uns rausschmeißt, kann er genauso mitlaufen. Sehr gut. Teddy, Ja, ich mag Teddy einfach. Es hat aber nie mehr probiert rauszugehen, so wie wir rausgehen. Wow! Aber... Spenden Zeit mit euch alle, hat mich alle über diese Welt veröffentlicht. Ich wusste, ob es eine gute Idee war, aber meine Füße angefangen haben, bevor ich zu entscheiden konnte. Und wenn ich über das gedacht habe, hatte ich nicht mehr zu gehen. Und es war ein Wunder, zurück zu gehen. Also, ich warte hier für dich. Oh, Oh, jemand fragte meinen Namen, also habe ich ihnen gesagt, ich bin Teddy. Also, das ist warum. Oh, ja, es gibt etwas, was wir uns fragen müssen. Wie lange warst du hier, Teddy? Hat jemand in die andere Welt? Ich durfte, bis die Füße auf meinem Seite getrennt, aber niemand kam. Du bist positiv. Du hast wirklich nicht einen einzigen Person sensiert. Ich habe gerade gesagt, dass ich es nicht. Ich war da, alle bei mir selbst, wie immer. Und, deine Nase war nicht entgegen, oder was? Bist du nicht? Ich war total, total, und 100% allein. Oh, das ist, weshalb ich hierher gekommen bin. Ja, ist ja okay. Aber, ich kann es verstehen, wenn du mir nicht glaubst. Meine Szenen sind nicht so gut, inzwischen. Ich glaube, ich habe mich nicht so gut, Ich bin nicht so gut, Aber trotzdem ist niemand gestorben. Und sogar bevor das, Teddy sagt, er hat nichts zu tun, Das bedeutet, dass King Moron nie auf der Seite war? Was ist passiert? Hey, hey, ich will irgendwo gehen. Hä? Jetzt ist nicht der Zeit, Mann. Du planst wirklich nicht, zurück zu gehen, oder? Wo willst du denn hin? Bin ich jetzt auch gespannt, wo willst du hin? Ich will das Riese-chan geben. Es ist für sie. Die Brille? Ja, wir wollten eh Riese-chan noch haben. Ja, das ist die Brille. Du siehst klar, das vom Teddy. Riese-chan wird wahrscheinlich uns auswählen. Jep, und du auch. ich werde mit dir mit allem, was ich habe. Teddy, als Mitglied. Wuhuhuhuhu. Wuhuhuhu. Ich bin ein neuem Modell. Ich habe einen körperlichen Attacken, eine unvermütbare Defense, und ein gewinniger Schmerz. Also, nichts damit zu tun, glaube ich nicht. Er hing doch auch an einer Antenne. Ne, er hing nicht an einer Antenne. Das Einzige, was ihn verknüpft, ist, dass er verkehrt herum über einem Geländer hang. Aber der hing an einem Geländer und nicht an einer Antenne. Hatte nichts mit irgendwie TV oder Übertragung oder sowas zu tun. Der hing an einem Geländer, ja. Ich spuze es zurück im Viodix an. Der hängt an einem Geländer und dahinter hast du so einen runden Bubbelse. Und Teddy ist jetzt jedenfalls um unser Team und motiviert zu kämpfen. Let's go. Heute beginnt die neue Legend von Teddy. Wow, eine neue Legend. Teddy hat die Gruppe als Frontline-Fighter. Moment, ist er ein Tank? du wärst definitiv ein starker Asset in deiner Kampf gegen die Schäden. Rang 5, Investigation Team. Ich hab den erst zweimal da hängen sehen, da erinn ich mich noch nicht so gut. Wow. Es erreicht Level 5. Your power to create Person aus der Full-Akana ist groß. Uh oh, Leute starten zu schreien. Keep it down, will ya Teddy? Come on, let's go somewhere else. Wir können aber Ted nennen. Ted ist ein relativ normaler Name. Zumindest im amerikanischen. Okay, um sicher zu machen, ich werde dir eine letzte Mal fragen. Niemand war da, außer dir, bis die Fung zurückkommt. Verrückt? Das ist was ich gesagt habe. Okay, also wir wissen nicht, wer da drüben war. Es hat halt grad Pause, genau, da zieht man sich nicht irgendwie um, oder zieht im Pausenraum das Ding aus, oder setzt sich in Pausenraum, oder sitzt in den Essensbereich mit Freunden. Es hat, glaube ich, nichts mehr richtig mit dem Midnight Channel zu tun. Was ist mit dem? Keine Ahnung. Aber ich denke, wir können jetzt sicher sein, dass King Moron nie in die TV gebracht wurde. Dann was? Was? Er wurde hier abgeholt? Warum nicht ihn in die TV, wie alle anderen? Nein. Er konnte ihn in die either zu betrachten, ich weiß nicht. Er konnte ihn nicht, sie konnte ihn nicht, sie konnten ihn nicht mehr. Er konnte ihn nicht mehr zu betrachten, was er zu betrachten wollte. Er konnte ihn nicht mehr zu betrachten, weil er nicht mehr zu betrachten kann. Oder das, weil wir sie gerettet haben. Ich meine, wir haben seine letzten drei Versuch in der Reihe verhindert. Oh, ich verstehe. Das könnte es sein. Also haben sie jemanden auf unserer Seite, um sicher, dass es funktioniert hat. Verdammt. Wenn das wahr ist, dann haben wir keine Möglichkeit, mehr Mörder zu verhindern, wenn wir den Körner zu treffen. Wir brauchen mehr Beispiele. Ich frage mich, ob Riese-Chan noch auf und umgekehrt ist. Ja, wir müssen unsere Hoffnung auf sie stellen. Es ist so heiß. Ich wollte gerade sagen, außerdem ist das, was du selbst... Selbst wenn du ein normales Kostüm hast, machst du das niemals in der Öffentlichkeit. Das ist ein absolutes No-Go, das weiß ich sogar. Diese Jobs als Maskottchen sind super hart, weil du darfst niemals aus deiner Rolle fallen, auch in deiner Pause nicht, wenn du gesehen wirst. Nur wenn du absolut sicher bist und nicht gesehen wirst, darfst du aus deiner Rolle raus. Oh, wuscheln! Warum? Warum darfst du nicht? Oh! 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 Oh, man! Hast du gerade während sie dabei sind, gesagt, dass du sie abschleppen willst? Was, was? Ja, das würde ich aber auch mal sagen. Okay, haben wir jetzt... Gibt es jetzt wirklich jemanden in Teddy? Ähm...